So meine lieben Freunde, willkommen zurück und zwar, ja, ihr seht schon, wie auch schon der erste Videoteil dieser Reihe angekündigt wurde mit dem Daisy Editor. Dadurch, dass es natürlich alles ein bisschen zeitlich aufwendiger ist, die ganzen Objekte hier zu platzieren, genau auszurichten, so dass sie auch auf dem Tisch stehen und nicht unter dem Tisch oder in der Luft, werden wir das Ganze natürlich noch mit ein wenig Livestreams am Abend abrunden. Ihr könnt sozusagen mit einschalten, ihr könnt hier mitgestalten, ihr werdet auch ganz schnell sehen im Livestream, also ich habe es jetzt auch noch nicht so oft gemacht, hier die Karten verändert oder irgendetwas anderes umgestaltet auf der Karte, mal so ein paar Container gesetzt, das geht eigentlich relativ schnell. Ich habe ja auch schon mal ein Customized Video gemacht, aber wenn man das jetzt hier vernünftig machen möchte und bei diesem Trader sieht man das ja auch oder auch bei diesem Trader, es wurden schon gewisse Sachen hingelegt, das heißt, man weiß auch, was man da einkauft und hier sind die Tische irgendwie leer und die wollen wir jetzt auch füllen. Deshalb jeden Abend live auf Twitch könnt ihr hier mitmachen, nicht nur Let's Plays, sondern auch der DayZ Editor, wo wir immer mal wieder an unseren Trader, an unserer Karte, an unserem Arena Event, an unseren großen Arsenalen, die wir für größere Gruppen, für ihre größeren Base dann schaffen wollen. Deshalb, wenn ihr da live mit bei sein wollt, wenn ihr das Ganze mit gestalten wollt und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert und ein bisschen was dazu lernen möchtet, dann kann ich euch nur raten, ab in die Videobeschreibung, dort ist der Twitch-Kanal, einfach mal followen, dann seht ihr automatisch, wenn ich live bin und dann könnt ihr mit dabei sein. Ich sage erstmal, danke fürs Einschalten, danke für euer Gehör und wenn es euch gefallen hat, wie immer ein Däumchen nach oben und seid heute Abend mit dabei, wenn wir das Ganze hier umgestalten. Also, bis zum nächsten Mal.